Winter ist fest am Start und war es geladen. Willkommen zum nächsten Mal wieder von Proctv. Hier in diesem Video geht es darum und zwar... Suchen Sie nach Munitionsküsten in der Werkstatt, im Shiver Inn oder im Ice Swarm. Wir fliegen einmal zum Eis Throne. Die wäre einmal in der Nähe von Pleasen Park, hier auf dem Berg. Da müssen wir einmal hinfliegen. Da ist ein schöner, ein großer Stuhl, sagen wir eigentlich schon fast, und aus Eis. Da müssen wir einmal eine Munitionsküste durchsuchen. Wir landen am besten mal innerhalb von dem Haus, die Eis Throne hier. Wir müssen hier eine Munitionsküste suchen. Da gehen wir mal rein hier. Und hier um die Ecke ist eine Munitionsküste. Können wir einmal aufmachen hier und dann natürlich durchsuchen. Die nächste Location wäre einmal Shiver Inn. Die ist einmal in der Nähe von Lazy Lake. Hier oben, da bei der blauen Markierung, die Shiver Inn. Hier müssen wir einmal eine Munitionsküste durchsuchen. Hier gehen wir einmal rein, in die Türe durch und suchen nach einer Munitionsküste. Hier suchen wir mal kurz nach. Ist hier eine... Ah ja, glaube ich, hinter den Tresen wäre eine, glaube ich, oder? Nein, eigentlich keine, okay. Die letzte Location, wo ihr Munitionsküste durchsuchen müsst, einmal in der Nähe von Slopey Swamp. Hier vorne ist eine Werkstatt. Da müsst ihr einmal auch die Munitionsküste durchsuchen. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Das waren die Aufgaben gewesen, die ihr machen müsst oder tun sollt halt. Und ich hoffe, ich kann euch zeigen, wo die ganzen Autos sind, wo ihr eine Munitionsküste durchsuchen müsst. Und wenn ihr Bock habt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben, da ein kostenlosen Abo. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Ich würde sagen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer ProKirterV. Peace. Out.